Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Film der Woche. Heute ist es der großartige italienische Film Chiara. Wir lernen darin Chiara kennen. Sie ist 15 Jahre alt, fühlt sich in ihrer Familie in Kalabrien sehr wohl, sehr behütet, liebt ihre Eltern, liebt ihre beiden Schwestern. Aber diese Familienidylle bekommt plötzlich Risse. Denn Chiara findet heraus, dass ihr Vater tief verstrickt ist in die Machenschaften der Drangetta, also der kalabrischen Mafia. Der Vater verschwindet eines Tages spurlos. Sie beginnt nun nachzuforschen und das große Schweigen zu durchbrechen. Chiara ist der grandiose Abschluss der Kalabrien-Trilogie des italo-amerikanischen Regisseurs Jonas Caprignano, der sehr glaubwürdig erzählen kann, sehr authentisch. Denn er ist extra für diese drei Filme dorthin gezogen. Er hat mit den Menschen gemeinsam diese Geschichten entwickelt, kann also ganz genau von innen heraus erzählen. Fast dokumentarisch genau sind seine Filme übrigens, die nicht zuletzt leben vom grandiosen Spiel der Hauptdarsteller. Allesamt sind Laiendarsteller. Auch Chiara, Swamiro Tolo und ihre gesamte Familie, die hier besetzt wurde, die standen noch niemals vor einer Kamera. Aber sie spielen so, als hätten sie noch nie etwas anderes getan. Das ist wirklich atemberaubend. Wichtig natürlich hier, es gibt keine Gewaltdarstellung. Es geht zwar um die Mafia, aber es gibt keine grausamen Bilder, sondern es ist eine ganz genaue Erkundung der Innenstruktur dieser Familie. Denn darauf beruhen ja all diese Verbrechen in Kalabrien. Das sind ja Blutsbande der Familie und die werden hier sehr genau gezeigt. Ich bin besonders begeistert von diesen Laiendarstellern, denn sie haben geradezu Star-Appeal mit ihren schönen, ausdrucksstarken Gesichtern. Auch deshalb lohnt sich dieser Film unbedingt Chiara, unsere Radio 1 Film Empfehlung der Woche.